So, Willkommen zurück zu Let's Play Naipa Elite 3, was wir jetzt weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, wir waren ja hier und hatten das kleine Problemchen, dass wir nicht weiterkamen. Einfach, also wir wären eigentlich weitergekommen, nur die Sache ist, wir sind es nicht aus dem Grund, was man gemeint hat, wir müssen hier wieder anfangen und weil wir kein Munitionsgesicht finden oder ich keine finde einfach, weil ich zu mütter zu bin, ist es quasi leider. Okay, wie machen wir das? Entschuldigung, die Frage. Okay, wir müssen, ich probiere das jetzt einfach laut, weil ich würde es jetzt anders nicht wirklich besser hinkriegen. Oh, ich überspringe die Zeitlupen jetzt mal. Ja, wo ist noch einer da? Okay, haben wir noch. Okay, wir können eigentlich weitergehen. Ja. Äh, der Tasse halt, ne, warte, ich will hier nicht aufgeben. Ich will hier hoch. Das ist ja irgendwie klettern. So, das halten, um Leiche zu durchsuchen. So, das kennen wir ja jetzt schon. Aber, ähm, ja. Sehr schön. Den müssen wir jetzt eliminieren. Da können wir uns ein bisschen... Ich muss mich vorbereiten. Wir können... ... nur hochgehen. Boah, wenn wir aussehen, finde ich es relativ langsam. Können wir jetzt hier eigentlich noch mal speichern? Ja, natürlich nicht. Aber ich muss mal ganz kurz... Ähnlichkeit... Ich stelle es immer gerne. Ich mag das, wenn ich das selber immer, äh, ...maus, äh, ändern kann. Ja, jetzt will ich hier noch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, da muss ich noch... ...ja, es ist dann wieder mal gar nicht so perfekt. So, okay. Sieht so aus, als würden die deutschen Sprengstoff darin transportieren. Okay. Ich kann noch mal ganz kurz so machen. Verdammt. Ich kann gleich die auch ab. Okay, sehr schön. Okay. Alles klar. Pass das? Ein bisschen weiter. Aber vorher heilen wir uns kurz. So. Sehr schön. Weiter geht's. Darf ich jetzt vorher noch irgendwie mutieren? Ne, ich glaube nicht. Ah ja, okay. Zwei Wörter. Projekt Seuche. Projekt Seuche? Rungenschaft freigeschaltet Wonderwall und der Rungenschaft freigeschaltet Unzerstörbar. Jetzt haben wir die Mission endlich geschafft. Ich bin froh. Ja, äh, wirklich so. Wir machen weiter. Projekt Seuche. Darauf hieß der Geheimdienst in der Oase hin. Walens geheimnisvoller Auftrag in Afrika. Ich sollte Antworten finden. Stieß aber nur auf immer weitere Fragen. Meine Befehle lauten herauszufinden, was der Informant weiß. Um die Lücken zu füllen. Das Problem ist nur, er wird in einem Kriegsgefangenenlager im Norden festgehalten. Und der einzige Weg dorthin führt über den Halfaya Pass. Ich schließe mich dem Langstrecken-Wüstenkampfverband an. Aber die Deutschen haben sich mit 8 Achterflags und einem schweren Fahrzeugpark eingegraben. Wir dürfen uns kein großes Feuergefecht leisten. Ich muss ihre Waffen ausschalten und dem Kampfverband den Rücken frei halten. Der Pass ist schwer bewacht. Zudem drohen überraschende Konfrontationen auf engstem Raum. Ich muss umsichtig vorgehen und ein paar Minen für einen schnellen Abgang einpacken. Vermutlich nennt man ihn nicht ohne Grund den Höllenfeuerpass. Oh, verdammt. Ja, ein paar Minen. Könnten wir eigentlich reintun. Ja, wir starten. Wirf Steine. Gott. Einmal werfen. Okay. Ja. Der kletterte hinauf. Er konnte die Siedlung in den Bergen. Okay. Haben wir da denn irgendwie so die dabei? Die haben wir nicht dabei. Wir haben auch gar keinen Schuss. Immer noch nicht. So erstmal eine Muni-Kiste finden. Wo die überhaupt sind. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Find ich da keine. Wahrscheinlich wäre das schon so einfach gewesen, seine zu finden. Na ja. Ich möchte mit etwas Glück es hier unten nehmen. Na, aber... Haut nicht so aus. Haut nicht so aus. Ich hoffe, dass wir das hier schaffen. Wäre natürlich schön. Weil das ja mal wunderbar wiederholen ist. Und das Ding, ne? Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Hier. Ja. Ja. Da hinten ist keiner. Oder kommt aber einer angelaufen. Da hinlegen. Zack. Und jetzt? Wollten wir da am besten lang. Wenn er sich umdreht, können wir eigentlich mit uns anschleichen. Ich komm hier nicht ran. Alles klar. Okay, jetzt geht's. Ja. Weil ich kurz ein Leck gehabt habe, aber na ja. Okay, nicht schlimm. Der einzigste, der da ist. Ja. Und bevor der da um die Ecke geht. Da liegst du gut. Na? Ich komm jetzt gar nicht mehr durchsuchen. Oh, da kommt einer. Okay. Okay. Wie tun's denn? Genau. Okay, darf man das unentdeckt? Na, helfst du auf? Hast du diese Türme da vorne zu stören? Nee, oder? Ich glaub nicht. Ich bin gespannt. Du kannst Ziffern-Tasten für die Schnelleswahl von Gegenständen und Waffen verwenden. Okay, ja, das funktioniert. Das ist der Punkt der Tagesordnung. Die 8 Achter finden. Ja, die 8 Achter finden. Waren wir noch. Aber vorher tun wir den da weg. Oder wir kommen vorbei. Das war natürlich... Jetzt könnte ich schießen. Jetzt würde mich keiner entdecken. Aber trotzdem wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich hab so einen Fehler gemacht. Das war mein größter Fehler, den ich je gemacht habe in meinem Leben. Ich dachte, das wäre eine Steuerbombine. Ich dachte, das wäre eine Steuerbombine. Wo sieht der mich? Okay, das war... Das wird natürlich... Das ist herrbar blöd. Das ist herrbar blöd. Das ist herrbar blöd. Das ist herrbar blöd.